So, da müssen wir uns mal... Hier unten sind noch mehr Schweine, die wir einsacken können. Und hier haben wir auch wieder ein offener Weg mit Riesen. Also ja, holen wir uns erstmal die Schweine hier. Schluchtenriesen übrigens. Find ich ein sehr cooler Name. So. Holz fällen. Und Gold sammeln. Und ein Langhaus wäre auch nicht verkehrt. Dass wir dort drinnen ein paar Herzen ausbinden könnten. So, Holz läuft. Als nächstes wäre da Nahrung nicht verkehrt. So, den Rest stecken wir genau in fünf Herzen. Das passt doch. Perfekt. Ich würde ja am liebsten hier die paar Hirsche jagen. Bevor ich mich über die Schweine hier mache. Weil ich ja jetzt sowieso schon die Forschung dafür gegeben habe. Und dann werden wir hauptsächlich mit einer Rambe und ein paar... ...vielen Herzen darauf einhacken. Die Riesen wissen über ihre Anwesenheit bescheiden und versuchen sie aufzuhalten. Errichten sie Welle und eine große Streitmacht um ihren Stützpunkt zu schützen. Schreiten sie ins Heroische Zeitreiterfall und errichten sie Bergfestung und Belagerungseinheiten, wie tragbare Rahmen ausbinden zu können. Loki gewährt ihren Herzen die Fähigkeit, während des Kampfes durch Zufall ausgewählte mythische Einheiten herbeizurufen. Iop. Das können wir hier gucken nämlich. Anbetung des Loki-Fokus Hersen. Hersen rufen die kampfmystische Einheiten daher, die weniger Gunst kosten. Ja, und Ochsenkarren sind günstiger, aber auch schwächer und schneller. Da breche ich mal einen Hersen ab, um noch einen Ochsenkarren zu rufen. Obwohl nicht den Hersen, sondern einen Dorfbewohner. So, Goldsammler haben wir jetzt. Und ja, ich halte meine Helden hier unten. Skulld und den Banner-Tracker packe ich erstmal hier rein. Und ja, Herzen sehen krimmig aus, wenn man sich das Bild hier so ansieht. Also ja, mit Gunst brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wie viele Häuser habe ich jetzt? Vier. Machen wir mal sechs draus. Und dann lassen wir das mal. Skippen. 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 Ja. Ja. So, und euch schicke ich, sobald ihr einen Ochsenkarren habt, mal darunter. Nahrung sammeln. Und dann geht's sofort ins nächste Zeitalter, weil... Bronzewaffen und Eisenpanzer. Mehr brauchen wir nicht unbedingt. Wir müssen ja nur schnell durch den Wald durch. Das heißt, wir brauchen eher Belagerungswaffen. Und halt Holz. Für die Belagerungswaffen. Das hier können wir mal machen, dass wir nachher dann gleich Felder... Äh, sobald wir... Und das Schwein kann ich nicht bewegen, weil es irgendwie festpackt ist. Sehr schön. Also ja, hier drüben könnte ich noch Gold sammeln. Aber ich glaube, eine große Goldmine dürfte für die Mission ausreichen. Ja. Und die könnte ich eigentlich fast schon anfangen lassen, hier... ...drauf einzuhacken. Weil Riesen kommen so oder so. So, ihr schützt die Dorfbewohner hier drüben. Die Hörsen können da schützen. Und ich lasse sie mal aufhören zu hacken, weil... Soweit ich weiß, macht das irgendwann die Riesen noch aggressiver. Und es kommen noch viel mehr. Und solange ich nicht genug Einheiten habe, ist das blöd. Und... Woher ist er da? Tilbuin satt. Aber die paar Hirsche hier, die paar Karibus weg... ...Karibus, wie komme ich auf Hirsche? Die sehen eher aus wie Elche eigentlich. Jetzt den da. So. Dann den da oben. Und dann kriegen wir ordentlich Nahrung rein. ... Obwohl ich eigentlich fast schon versucht bin... ...da das Schwein irgendwie zu töten. Erstmal die Mauer hier etwas... ...verkleinern. Und wir brauchen doch eine Waffenkammer. Die können aber die Jungs hier oben bauen, weil wir brauchen... ...die Waffenkammer fürs nächste Zeitalter. ... ... ... ... So, erreicht ihr das Schwein, um es zu schlachten? Die Oxenkarren sind schneller. Ah ja. Oh nein, die erreichen das Schwein nicht. Dann versucht mal, den da zu erreichen. Na gut, erforschen wir bessere Panzerung. Und dann warten wir auf die Nahrung für das nächste Zeitalter, dass wir das schnell erreichen. Das sind fünf Arbeiter, auch wenn ich nur vier sehe. Stehen die ineinander? Wisst ihr was? Die letzten Hirsch sparen wir uns. Sammelschweine. Das sind, ähm, 14 Schweine mit jeweils 300 Nahrung. Das ist einiges an Nahrung. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, sobald wir jetzt hier die 800 Nahrung haben, können wir jetzt diese Zeitalter, können dann mit dem Gold und Holz, was wir haben, können wir in der Bergfestung Rammen und Huskale ausheben. Ah, Bergriesen, warum nicht? Brauchen wir nur einen Tempel. So, die restliche Nahrung wandert jetzt einfach in Harsen. Einhieriger. Ah, ne. Ja, Einhieriger aus dem Kessel füttern. Füttert ihr rein, hier, hier. Das Soundtor schreibt, Feederheim, dann ist männlich. Schamsicht, Schamsicht. So, du gehst mal da hin. Hier ist beim Holzhacken. So, okay. Wir können eine Bergfestung bauen. Ja, ich will. Und wir könnten einen Riesen ausbilden. Wählen wir erstmal noch mal fünf Axtwerfer aus, die da helfen, gleich beim Einreißen. Ja, warum sind da nur noch... Achso, da ist der fünfte Herzen. So, Bergfestung, zwei... Machen wir drei Rahmen mit, gleich mal draus. Und noch eine Packung Kusskale. Und noch einen Harsen. So, und die Axtwerfer. Prüggeln auch mal drauf ein. Ah, da ist meine erste Bramme. Und da meine zweite. Bloß nicht, dass ich jetzt schon meckere, dass die... Dass die Bevölkerung ausgesetzt wird. So, dann helfen wir alle schön weiter mit. Oh, die greifen meine Holzfäller an. Nicht so schön. Und frieren sie auch noch ein. So, und dann hauen wir weiter drauf. Vielmehr können wir auch gar nicht drauf kommen, wenn langsam der Platz eng wird. Und dann halte ich mal doch die Harsen erst mal. Und ja, da kommen Riesen, die wollen uns an Slater. Ja, da sieht man auch ein bisschen, wo noch Riesentempel stehen, aus denen Riesen spawnen können. Sieht man, das sind jede Menge. Ja, das sind, glaube ich, auf jeder Seite vier Stück. Und sogar von da unten kommen Riesen. Ja, das Lager muss ich dann leider aufgeben. Ja. Wir würden ja fast schon am liebsten auch meine ganzen Dorfbewohner uns so hinterherziehen. Das mache ich einfach auch mal. Das mache ich einfach auch mal. So. Ich opfer nämlich nicht bei den Dorfbewohner. Die Gebäude können sie ruhig einreißen. Nur Dorfbewohner und Ochsenkarren sollten hinterher kommen. Schade, den Zauber könnte ich hier noch benutzen, um sie noch ein bisschen aufzuhalten. So, und alles nach Norden ziehen. Jawohl. Und ihm schwöre deinen Waldbrand. Dann wieder mit uns. Dann wieder mit uns. Dann wieder mit uns.